Am 31. Oktober 2010 waren deutsche Soldaten der neu aufgestellten Taskforce Kunduz an der Höhe 432 angetreten. In den nächsten Tagen sollten sie mit afghanischen, belgischen und US-amerikanischen Soldaten in die Taliban-Hochburg im südlichen Shah Dara vorstoßen. Diese Operation sollte die größte bis dahin geführte Offensive der Bundeswehr in Afghanistan werden. Die Bundeswehr in Afghanistan Die Kämpfe während des Karfreitagsgefechts, bei denen Hauptfeldwebel Nils Bruns, Hauptgefreiter Martin Augustiniak und Stabsgefreiter Robert Hartert gefallen waren und acht weitere Soldaten schwer verwundet wurden, waren ein harter Schlag für die Soldaten. Noch im selben Monat gab es drei weitere gefallene und fünf schwer verwundete Soldaten im Raum Baglan. Major Jörn Radloff, Hauptfeldwebel Marius Dubnicki und Stabsunteroffizier Josef Kronerwitter waren bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben gekommen. Am selben Tag fiel auch Oberstabsarzt Dr. Thomas Broer während eines Hinterhalts bei Pole Komri in der Provinz Baglan. Später im Oktober fiel dann auch der Sanitätsoberfeldwebel Florian Pauli in der gleichen Provinz durch einen Selbstmordattentäter. Die Sicherheitslage im Norden Afghanistans war gekippt. Selbst das Feldlager Kunduz war wieder zum Ziel von Angriffen geworden. Aus dem Distrikt Chah Dara nahm der Beschuss mit Raketen wieder zu. Im Raum Kunduz hatten die Aufständischen ihren Einflussbereich kontinuierlich erweitert und die afghanischen Sicherheitskräfte sowie die deutschen Soldaten in die Defensive gedrängt. Die bereits dort stationierten deutschen Einsatzkräfte waren chronisch unterbesetzt. Eine Aufstockung des Truppenkontingents in Afghanistan um 500 Soldaten war Ende Februar 2010 zwar beschlossen worden, dennoch hatte man dem Erstarken der Aufständischen zunächst wenig entgegenzusetzen. Im Verantwortungsbereich des deutschen Regionalkommandos Nord in der Provinz Kunduz waren lediglich 450 Soldaten stationiert, die mit Operationen außerhalb des Feldlagers versuchten die Sicherheit aufrecht zu erhalten. Aber die Provinz erstreckte sich über 8000 Quadratkilometer und hatte insgesamt knapp eine Million Einwohner, von denen allein in der Stadt Kunduz über 120.000 Menschen lebten. Während im Jahr 2010 in der Stadt hauptsächlich Angehörige der tatschikischen und usbekischen Volksgruppen lebten und die Sicherheitslage relativ stabil war, kontrollierten die Aufständischen viele Gebiete außerhalb der Stadt. Auch der westlich von Kunduz gelegene Distrikt Schadara stand unter der Kontrolle der Aufständischen. Die Mehrheit der dort ansässigen Bevölkerung gehörte zur Pashtunischen Volksgruppe und sympathisierte offen mit den Aufständischen und den Taliban. Die Aufständischen in diesem Bereich gliederten sich grob in zwei Gruppen. Ein Teil bestand aus einheimischen Kämpfern, hauptsächlich Pashtun, die in Schadara mit ihren Familien lebten. Der andere Teil bestand aus ausländischen Kämpfern, die nach Afghanistan gekommen waren, um gegen den Westen zu kämpfen. Sie waren besser ausgebildet und verfügten über bessere Ausrüstung als die Einheimischen. Durch den Distrikt führte jedoch die wichtige Verbindungsstraße LOC Kamins nach Mazar-e-Scharif. Dort hielten die deutschen Soldaten einen Korridor offen, der aber bereits einen Kilometer nördlich und drei Kilometer südlich wiederendete. Dahinter begann das Gebiet der Aufständischen, die regelmäßig in den Korridor einsickerten und Hinterhalte- und Sprengstoffanschläge verübten. Im Schnitt kam es bis Mitte des Jahres 2010 zwei- bis dreimal pro Woche zu solchen Vorfällen. Um den Korridor offen zu halten, patrouillierten die Soldaten bis zu den Geländepunkten Juliette 92 und 94 und in einigen Dörfern südlich und nördlich der Straße. Bei jeder Bewegung der deutschen Kräfte außerhalb dieses Korridors war massiver Feindwiderstand zu erwarten. In Gefechten wichen die deutschen Kräfte oft aus, da ein zu offensives Vorgehen und das Risiko eigener Verluste von der Führung nicht gewollt war. Das nutzten die Aufständischen für ihre Propaganda und erklärten sich zum Sieger der Gefechte. In den Augen der Zivilbevölkerung entstand so ein Nimbus der Unbesiegbarkeit um die Aufständischen, gegen den die deutschen Soldaten nichts ausrichten konnten. Ein trauriger Höhepunkt dieser Entwicklung war das Karfreitagsgefecht, bei dem die aufständischen Kämpfer sich als Sieger inszenierten. Das Bundeswehrmandat, das eigentlich nur die Unterstützung und Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte beinhaltete, kollidierte mit der Realität. Die afghanischen Sicherheitskräfte waren nicht in der Lage, ihren Aufgaben nachzukommen. Korruption in den Reihen der Polizei und fragwürdige Loyalitätsbeziehungen machten sie zu einem unzuverlässigen Partner. Zudem waren auch die afghanischen Sicherheitskräfte zahlenmäßig den Aufständischen unterlegen. Im Distrikt Shah Dara standen nur 50 afghanische Polizisten im Polizeihauptquartier zur Verfügung, um einen Raum zu sichern und zu kontrollieren, in dem mehrere hundert feindliche Kämpfer vermutet wurden. Polizeioperationen waren nur im Radius von wenigen Kilometern um das PAQ möglich. Distanzen darüber hinaus endeten regelmäßig im Feuer der Aufständischen. Doch auch Ereignisse in anderen Landesteilen hatten Einfluss auf die Sicherheitslage in der Provinz Kunduz. Im Süden des Landes hatten US-Streitkräfte und ihre ISAF-Partner Anfang 2010 eine groß angelegte Operation gegen Aufständische und Taliban-Kämpfer gestartet. Viele von ihnen waren daraufhin in den Norden ausgewichen, wo sie von den unterbesetzten ISAF-Truppen und den afghanischen Sicherheitskräften kaum bekämpft wurden. Angesichts dieser Entwicklungen entschieden sich die Vereinigten Staaten, Soldaten in den Norden Afghanistans zu entsenden, um die Lage zu stabilisieren. Bereits zu Beginn des Jahres wurden die ersten Soldaten zu Erkundungsmissionen in den Norden verlegt. In unmittelbarer Nähe des deutschen Feldlagers errichteten die US-Amerikaner eine eigene Forward Operation Base, in der das 1. Bataillon des 87. Regiments der 10. Mountain Division stationiert wurde. Insgesamt knapp 5000 Soldaten. Diese Einheiten wurden von Teilen einer Luftkampfbrigade der US Air Force unterstützt, die etwa 60 Hubschrauber in Kunduz stationierte. Darunter auch zwei Apache-Kampfhubschrauber. Dem Verband wurden auch Pioniere mit speziellen Minenräumfahrzeugen und Eliteeinheiten der Special Forces zugeteilt. Die Aufgabe des Gebirgsjägerbataillons bestand darin, mit der afghanischen Polizei zusammenzuarbeiten. Die einzelnen Kompanien wurden mehreren Polizeidistrikten zugewiesen, wo sie gemeinsam mit den Polizisten Patrouillen und Operationen gegen die Aufständischen durchführten. Schon in den ersten Tagen vor Ort sammelten sie Informationen von afghanischen Sicherheitskräften, die ein düsteres Bild der Lage in der Provinz Kunduz zeichneten. Im Archidistrikt, nur 40 Kilometer von Kunduzstadt entfernt, hatten sich hunderte aufständische Kämpfer versammelt. Die Region Gor Tepper, nur 10 Kilometer nordwestlich der Stadt, war zur Hochburg der Taliban-Schattenregierung in der Provinz geworden und mit zahlreichen Sprengfallen gesichert. An der tatschikischen Grenze im Norden hatten sich ebenfalls hunderte von Kämpfern um die Stadt Imam Saheb eingenistet und waren im Drogen- und Waffenschmuggel aktiv. Die Wiederherstellung der Sicherheit in diesen Regionen wurde in den kommenden Monaten nicht nur zur Aufgabe der US-Streitkräfte, sondern auch der Bundeswehr. In Reaktion darauf verstärkte die Bundeswehr ihre offensive Ausrichtung, um den erstarkten Aufständischen im Norden Afghanistans entgegenzutreten. Die Politik in Berlin erkannte schließlich die Notwendigkeit, einige der Waffensysteme und Ausrüstung freizugeben, gegen deren Einsatz man sich zuvor gesträubt hatte. Die Struktur der deutschen Kräfte in Kunduz wurde ebenfalls neu organisiert. Teile der dort stationierten Einheiten wurden aus der Befehlsstruktur des Feldlagers herausgelöst und es wurde ein neuer Verband in Bataillonsstärke aufgebaut. Das 1. Ausbildungs- und Schutzbataillon, oder für das bessere Verständnis der ISAF-Partner kurz Task Force Kunduz, genannt. Am 1. August 2010 stellte der deutsche Kommandeur des Regionalkommandos Nord, Generalmajor Fritz, das Ausbildungs- und Schutzbataillon Kunduz in Dienst. Gebildet wurde es aus Soldaten des 23. Einsatzkontingents des Afghanistan-Einsatzes. Der Name des Verbands deutete bereits auf seine Hauptaufgaben hin. Einerseits sollte er die Ausbildung der afghanischen Armee, kurz ANA genannt, vorantreiben. Im sogenannten Partnering sollten gemeinsame Operationen durchgeführt werden. Einheiten der in Kunduz stationierten 2. Brigade, des 209. Korps, sollten dazu eng mit den deutschen Kräften zusammenarbeiten. Zusätzlich wurden die Afghanen von belgischen Soldaten als Operational Mentoring and Liaison Teams, kurz OMLT, betreut. Angeführt von dem belgischen Oberstleutnant Bert Pfau. Dieses etwa 30-köpfige belgische Team war in der Lage, unabhängig mit Fahrzeugen und Kommunikationstechnik zu operieren. Sie verfügten unter anderem über einen Mörser-Trupp und einen Forward-Air-Controller. Doch das deutsche Verhältnis zur afghanischen Armee war schwer belastet. Durch den tödlichen Beschuss afghanischer Soldaten durch Bundeswehrkräfte am Karfreitag war die Beziehung deutlich abgekühlt. So mussten zunächst Operationen mit der afghanischen Polizei durchgeführt werden, während man versuchte, die Beziehung mit der Armee wieder aufzubauen. Die Schutzaufgabe des Bataillons sollte sich auf die afghanische Zivilgesellschaft erstrecken und auch den Kampf gegen Aufständische umfassen. Die Grundstruktur des Bataillons war in fünf Kompanien unterteilt. Bei Bedarf konnten zudem noch Kräfte der Sanitätskompanie des PRT, die Taskforce bei Patrouillen und Operationen unterstützen, sowie auch Feldjägerkräfte des Feldlagers hinzugezogen werden. Die erste Kompanie war als Stabs- und Versorgungskompanie konzipiert und beinhaltete neben dem Stab und einer Gruppe Infanteristen die Instandsetzung und Nachschubseinheiten in Zugstärke. Sie verfügte auch über einen Zug Fernmelder und über die neu nach Afghanistan verlegte Panzerartillerie des Artillerielehrregiments 345, einschließlich unterstützender Kräfte. Eine der drei Panzerhaubitzen wurde allerdings kurz darauf nach Baglan verlegt. Eine wichtige Komponente waren auch die beiden Feuerunterstützungstrupps, im NATO Slang Joint Fire Support Teams genannt. Ihre Aufgabe war die Koordination von Luft- und Artillerieunterstützung. Auch Verbindungskräfte für die zivil-militärische Zusammenarbeit waren in ihr eingegliedert. Die beiden Infanteriekompanien wurden hauptsächlich vom Fallschirmjägerbataillon 313 aus dem niedersächsischen Seedorf gestellt. Ursprünglich waren in den Kompanien nur zwei Fallschirmjägerzüge vorgesehen. Da aber neben der Raumverantwortung auch noch offensivere Aufgaben, wie Aufklärungsoperationen, erforderlich wurden, bildete die Führung aus den bestehenden Zügen zwei weitere Züge. Während Teile der Kompanien für die Raumverantwortung zuständig waren, konnte mit den zusätzlichen Zügen so Informationen für aktuelle Lagebilder gesammelt werden. Die beiden Infanteriekompanien wurden jeweils durch einen Panzergrenadierzug des Panzergrenadierbataillons 112 aus Regen ergänzt. Mit den Schützenpanzern Marder verfügten sie über die schlagkräftigste Waffe, die den Soldaten im Gefecht als direkte Feuerunterstützung zur Verfügung standen. Die vierte Kompanie bestand aus Aufklärungselementen des Bataillons. Die Mehrheit der Soldaten wurde von der Luftlandeaufklärungskompanie 310 aus Seedorf gestellt. Es gab auch Aufklärungskräfte des Artilleriebataillons 295, die mit KZO-Drohnen luftgestützte Aufklärung durchführten. Zudem waren Kräfte des Feldnachrichtendienstes und der elektronischen Kampfführung in die Kompanie integriert. Die fünfte Kompanie bestand aus Kräften des Pionierbataillons 1. Neben den Panzerpionieren waren auch Spezialisten für die Kampfmittelbeseitigung in der Kompanie eingegliedert. Der aus über 600 Soldaten bestehende Einsatzverband setzte sich aus insgesamt 60 verschiedenen Verbänden und Einheiten zusammen. Den Befehl über die Taskforce Kundus erhielt Oberstleutnant Christian von Blumröder. Die Aufgabe, die er sich vorgenommen hatte, war, zusammen mit seinem Planungsstab und seinem Chefplanermajor Oliver Henkel die deutschen Kräfte aus der Defensive zu führen. Ziel war es, den Gegner zurückzudrängen und in seinen eigenen Rückzugsräumen anzugreifen. Einer der effektivsten Wege, die Aufständischen zu bekämpfen, waren die US Special Forces und das Kommando Spezialkräfte. In nächtlichen Operationen jagten sie die Anführer der Aufständischen und Taliban. Auf diese Weise wurden immer wieder wichtige Führungspersönlichkeiten verhaftet oder getötet und man erhielt Informationen über den Feind und schwächte ihn gleichzeitig. Veränderungen im Verhalten der übrigen Führer wurden bald deutlich sichtbar. Sie blieben in ständiger Bewegung, flohen teilweise monatelang aus den von ihnen kontrollierten Gebieten und tauchten unter, um der Verfolgung zu entgehen. Die ersten Erfolge dieses Vorgehens sollten sich auch bald einstellen. Zunächst gelang dem neu eingesetzten Polizeichef von Kunduz, General Abdulrahman Sayed Kehl, die Aufständischen zu schwächen. Mithilfe der Amerikaner und intensiven Verhandlungen erreichte er im Oktober den Seitenwechsel einer der aktivsten gegnerischen Anführer im Distrikt Alaybad mit 40 Kämpfern zur Regierung. Die Auswirkungen waren unmittelbar und weitreichend. In den folgenden Tagen drängten die übergelaufenen Kämpfer zusammen mit der afghanischen Polizei und US-Soldaten die verbliebenen aufständischen Gruppen, die aus bis zu 15 Kämpfern bestanden, aus dem Raum Alaybad und hoben Waffenlager und Sprengfallen aus. Damit wurde die Versorgungslinie der Aufständischen zwischen Kunduz und Baglan erheblich geschwächt, wenn auch nicht ganz unterbrochen. Auch im Raum Baglan, durch deutsche Kräfte verstärkt, erhöhte sich der Druck auf die Aufständischen, was zu erhöhter Unsicherheit unter ihnen führte. Die verschiedenen Gruppen beschuldigten sich gegenseitig des Verrats. Rivalitäten und Konflikte brachen auf, die die Aufständischen zusätzlich schwächten. Zunächst hatten die US-Amerikaner und die afghanischen Sicherheitsbehörden aber ihre Aufmerksamkeit auf den Norden gerichtet, insbesondere auf die Taliban-Hochburg Gortepa im Zweistromland. Alle Anstrengungen führten jedoch nur zu geringem Fortschritt. Der Raum um Gortepa war von den Aufständischen zur Festung ausgebaut worden, geschützt durch die Geografie und gespickt mit Sprengfallen auf der einzigen Straße in das Gebiet. Es gab erhebliche Verluste an Material und Verwundungen unter den US-Soldaten. Der Verlust von Räumfahrzeugen war so hoch, dass die US-Armee ihre Operation vorübergehend unterbrechen musste, um ihre Verluste zu ersetzen. Diese Pause eröffnete jedoch ein Zeitfenster, das der deutsche Planungsstab der neu aufgestellten Taskforce Kundus für eine eigene Operation nutzen wollte. Der Impuls für diese Operation kam von Informationen der zivilen Aufbaukräfte des deutschen Feldlagers Anfang Oktober. Dort gab es bereits seit längerem Pläne des Auswärtigen Amtes, sieben Dörfer südlich von Höhe 432 an das Stromnetz anzuschließen, darunter Isakel und Quadliam. Die Bewohner dieser Dörfer hatten sogar bereits im letzten Jahr eigenständig die für sie unbeschreiblich hohe Summe von 15.000 US-Dollar gesammelt, um den Anschluss an das Stromnetz selbst zu finanzieren. Doch der für die Dörfer zuständige afghanische Beamte hatte sich mit dem Geld abgesetzt. Zusätzlich sollte die Straße Little Pluto bis zu den Ortseingängen asphaltiert werden, damit die Bauern auch während der Regenzeit ihre Waren problemlos zum Markt in Kundus stattbringen konnten. Die Sicherheitslage in diesem Bereich hatte jedoch dazu geführt, dass die Pläne vorübergehend auf Eis gelegt wurden. Der zivile Leiter des Provincial Reconstruction Teams, ein Beamter des Auswärtigen Amtes, hatte jedoch in Aussicht gestellt, dass diese Pläne wieder aufgegriffen werden könnten, falls sich die Sicherheitslage zum Positiven ändern sollte. Oberstleutnant von Blumenröder erkannte, dass das zivile Aufbauprogramm ein guter Ausgangspunkt war, um die Bevölkerung, insbesondere die Dorfältesten, auf seine Seite zu bringen und so den Aufständischen ihre Legitimität zu entziehen. Seine eigenen Kräfte hätten aber gerade so ausgereicht, die Ortschaft einzunehmen, aber sie würden sie nicht dauerhaft halten können. Früher oder später würden sich seine Truppen zurückziehen müssen, und unter diesen Umständen konnten keine zivilen Projekte durchgeführt werden. Er war sich bewusst, dass das afghanische Militär in dieses Vorhaben einbezogen werden musste. Das Verhältnis zur afghanischen Armee war jedoch immer noch angespannt. Der afghanische Kommandeur hatte sich zunächst geweigert, mit den deutschen Partnern zusammenzuarbeiten. Gemeinsame Operationen wurden immer wieder abgesagt. Erst allmählich konnte an die früheren Beziehungen angeknüpft werden, zunächst mit Weiterbildungslehrgängen der deutschen Sanitäter, gefolgt von der Zusammenarbeit der jeweiligen Artillerieeinheiten beider Armeen und deutschen Pionieren, die die Afghanen bei infrastrukturellen Maßnahmen unterstützten. Die Vermittlungsversuche der belgischen OLMT-Einheit trugen ebenfalls dazu bei, dass regelmäßige Konsultationen zwischen dem Kommandeur der Task Force Kunduz und dem Kommandeur der 2. Arna-Brigade stattfanden. Bei einem dieser Treffen zwischen Oberstleutnant von Blumröder und dem Brigadekommandeur der nahegelegenen afghanischen Kaserne wurde die Durchführung einer Operation im Raum Quadliam angesprochen. Der afghanische Kommandeur war zunächst zurückhaltend. Doch nachdem er von den zivilen Projekten des Auswärtigen Amtes erfahren hatte, war sein Interesse geweckt. Dennoch zögerte er zunächst, einer militärischen Operation zuzustimmen. Doch der stellvertretende Bataillonsführer des in Kunduz stationierten afghanischen 1. Kandaks, Major W., sprach sich für die Operation aus. Er gehörte der tatschikischen Volksgruppe an und war ein lang gedienter Infanterist, der sich im Krieg viele Verwundungen zugezogen hatte. Ihm selbst schwebte bereits eine Operation im Raum Quadliam vor, und er sah in der Kooperation mit den deutschen Kräften die Möglichkeit, diese umzusetzen. Durch die Zusammenarbeit mit den afghanischen Partnern wurden die Grundlagen für eine gemeinsame Operation gelegt. Und dieses Mal sagten die afghanischen Sicherheitskräfte ihre Mitarbeit vor der Operation fest zu. Der deutsche Chefplaner, Major Henkel, geschult in der von ISAF Oberbefehlshaber General Petreus weiterentwickelten Doktrin zur Aufstandsbekämpfung Coyne, sollte eine Operation gegliedert in die verschiedenen Phasen ausplanen. Im deutschen Planungsstab entstanden so die Grundzüge einer Operation, die die Bezeichnung Halmerzag tragen sollte. Übersetzt bedeutete dies Blitz. Die Absicht hinter der Operation war zunächst, das Dorf Quadliam unter Kontrolle zu bringen und aus dem Machtbereich der Aufständischen zu lösen. Die Ortschaft lag an der Grenze des ISAF-kontrollierten Gebiets. Die dort lebenden 500 Einwohner gehörten überwiegend der usbekischen Volksgruppe an. Zur Vorbereitung der Mission tauchten Mitarbeiter des afghanischen Geheimdienstes, der Nationalen Sicherheitsdirektion, kurz NDS, im Dorf auf und vereinbarten eine Shura mit den Dorfältesten von Quadliam. Kurz darauf kehrten sie zurück, begleitet von Soldaten des deutschen Feldnachrichtendienstes und dem Polizeichef von Kunduz. Die Soldaten erfuhren, dass es einen Tag vor den afghanischen Parlamentswahlen im September 2010 zu einem Bruch der Einwohner mit den Taliban gekommen war. Einen radikalen Prediger der Taliban hatten sie während des politischen Teils des Freitagsgebetes aus der örtlichen Moschee vertrieben. Eine Woche später wiederholte sich der Vorfall. Daraufhin verhängten die Aufständischen Repressalien gegen die Einwohner, um sie wieder auf Linie zu bringen. Seitdem war die Stimmung gegenüber den Aufständischen in Ablehnung umgeschlagen. Ein weiterer Teil der Vorbereitung auf die Operation bestand darin, die Sicherungslinie der Aufständischen aufzuklären. Im Zuge der Shape-Phase führten die deutschen Soldaten daher Gefechtsaufklärungen und Patrouillen in dem Gebiet durch. Die Straße Kamins stellte dabei die Hauptschlagader der deutschen Operationstätigkeit dar. Von der Straße und der Westplatte aus griffen die Soldaten immer wieder die angrenzenden Dörfer im Norden und Süden an. Diese vorbereitenden Operationen brachten auch die benötigten Erkenntnisse. In den Ortschaften Isakel und Haji Amanula waren die Aufständischen dauerhaft zur Verteidigung vorbereitet. Gut ausgebaute Stellungen in und um die Dörfer konnten von Kämpfern in kürzester Zeit bezogen werden. Zudem waren die Ortschaften durch zahlreiche Sprengfallen gesichert. Quadliam hingegen war nicht dauerhaft von den Aufständischen besetzt. Zwar gab es im Dorf ebenfalls vorbereitete Stellungen, doch hielten sich aufständische Kämpfer nur sporadisch dort auf. Es diente vor allem als temporärer Unterschlupf für die sich ständig bewegenden Aufständischen, um den nächtlichen Zugriffen der Spezialkräfte zu entkommen. Die genaue Stärke der Feinde im südlichen Distrikt Shah Dara konnte jedoch nur geschätzt werden. In den verschiedenen Bereichen wurde von Gruppen von bis zu 80 Kämpfern ausgegangen. All diese Informationen führten zur Erkenntnis, dass Quadliam das schwächste Glied in der nördlichen Frontlinie der Aufständischen war. Direkt neben Isakel gelegen, das durch seine paschthunische Bevölkerung eine der Machtzentren der Aufständischen im südlichen Shah Dara war. Dennoch sah der Planungsstab die Chance, dort in den feindlichen Raum einzudringen und einen Keil in das gegnerische Gebiet zu treiben. Für die Soldaten im Einsatz sah der operative Plan zunächst vor, die Aufständischen auch weiterhin im Raum zu konfrontieren, den aufgebauten Druck beizubehalten und die gewonnene Bewegungsfreiheit zu nutzen. Der Gegner sollte beschäftigt gehalten werden. Durch dieses Vorgehen verzichteten die Aufständischen zunehmend auf offensive Aktionen im Bereich des Kaminskorridors und zogen sich in die von ihnen kontrollierten Gebiete zurück, um den Angriffen der ISAF-Truppen besser begegnen zu können. Zu Beginn der Operation sollte die verstärkte 2. Deutsche Infanterie-Kompanie zusammen mit zwei afghanischen Kompanien von Norden aus über die Höhe 432 das Dorf Quadliam gewinnen. Die Hauptstraße, die das Dorf von Nord nach Süd teilte, wurde als Trennlinie zwischen den Verbänden festgelegt. Dem belgischen OLMT kam dabei eine besonders wichtige Rolle zu. Es sollte die Kommunikation und die operativen Absprachen zwischen den Afghanen und den Deutschen sicherstellen. Die belgischen Soldaten, die die afghanischen Kompanien begleiteten, behielten immer den Überblick über das Vorgehen der Afghanen. Ein belgischer Verbindungsoffizier in der Operationszentrale und eine enge Zusammenarbeit der belgischen und deutschen Kommandeure stellten sicher, dass beide Seiten jederzeit ein aktuelles Bild der Lage des anderen hatten. Der westliche Teil der Ortschaft sollte von den Afghanen erobert und gehalten werden. Da sich dort der Großteil des bebauten Dorfes befand und folglich auch ein Großteil der Bevölkerung lebte, sollten die afghanischen Streitkräfte den Kontakt zur Bevölkerung aufbauen. Die westliche Verteidigungslinie wurde durch Felder vom nächsten Dorf abgegrenzt. Der östliche Teil sollte von den Fallschirmjägern und Panzergrenadieren eingenommen werden. Dieser Teil war geprägt von mehreren Gehöftegruppen, die von der Hauptsiedlung des Dorfes durch Felder getrennt waren. Von dieser Seite aus erwartete man die heftigste Reaktion der aufständischen aus Richtung Isarkehl und dem südlich davon gelegenen Dorf Wardak. Dort hatten die besser ausgebildeten und ausgerüsteten deutschen Soldaten eher die Möglichkeit, den Gegenangriff abzuwehren. Nach Einnahme des Dorfes sollten deutsche Pioniere direkt mit dem Bau eines befestigten Außenpostens beginnen. Somit konnte gewährleistet werden, dass das Gebiet auch nach der Operation gehalten werden konnte und der Kontakt mit der Bevölkerung nicht wieder abbrach. Zunächst bereitete sich die Bundeswehr darauf vor, den Außenposten zu besetzen. Später sollte er dann an lokale Sicherheitskräfte übergeben werden. Da aber die deutschen Kräfte nicht ausreichten, sollte die Höhe 431 dafür aufgegeben werden und die dort in der Raumverantwortung eingesetzten Soldaten den befestigten Außenposten übernehmen. Doch dieses Vorgehen war nicht ohne Risiken. Die Flanken waren zunächst ungeschützt, insbesondere aus Richtung Isarkehl bestand die Möglichkeit, die Versorgungslinie zu den Kräften im Süden durch Verbringung von Sprengsätzen zwischen dem Polizeihauptquartier und Quadliam zu unterbrechen und einen Gegenangriff in den Rückraum der deutschen und afghanischen Kräfte durchzuführen. Hier kamen die US-Soldaten des 87. Gebirgsjägerbataillons ins Spiel. Frühzeitig über die deutschen Absichten informiert, sagten sie ihre Unterstützung für die Operation zu. Zum Flankenschutz wurde ein reduzierter Zug US-Soldaten zusammen mit 50 afghanischen Polizisten und Mitarbeiter des NDS eingesetzt. Ihre Aufgabe war es, den Vorort von Isarkehl einzunehmen und die Siedlung in Richtung Süden abzuriegeln. Für die Operation wurden sie unter deutsches Kommando gestellt. Die rechte Flanke sollte durch ein Sicherungselement der Taskforce Kunduz gehalten werden. Der reduzierte Panzergrenadierzug der 3. Deutschen Infanteriekompanie zusammen mit einer Gruppe Aufklärer in Fennec-Spähpanzern und einem Trupp der elektronischen Kampfführung sollte Stellung am Rand der Westplatte einnehmen. Das Gelände erleichterte diesen Plan, da die Kunduz-Tiefebene zur Westplatte hin einen Sprung von bis zu 30 Metern nach oben machte. Von dieser Position aus, die von den Soldaten auch Feldherrenhügel genannt wurde, hatten die Schützenpanzer eine besonders weite Sicht auf das Tal und die umliegenden Orte westlich und südlich von Quadliam. Die anderen Teile der 3. Kompanie befanden sich in der Raumverantwortung und sollten die beiden Höhen 431 und 432 sowie das PHQ weiter nördlich und den Aufgang zur Westplatte sichern. Zudem stellte die Kompanie einen verstärkten Zug mit Schützenpanzern als Reserve für die Operation. Auch die US-Streitkräfte unterstützten die Operation mit weiteren Kräften. Die Straße Little Pluto sollte von US-amerikanischen Minenräumern, den sogenannten Route Clearance Packages, geräumt werden. Diese Fahrzeuge waren in der Lage, größere Straßenabschnitte in kürzester Zeit nach Sprengsätzen zu untersuchen. Sie hatten zwar zeitliche Vorteile gegenüber der Methode der deutschen EOD-Kräfte, die zu Fuß mit Haken und Detektoren die Straße untersuchten. Allerdings waren sie dabei nicht so gründlich. Zudem sollte ein Zug der 87. zusammen mit afghanischen Polizisten die Furten über den Kunduz-Fluss überwachen, um zu verhindern, dass den Aufständischen von der anderen Uferseite weitere Unterstützung zugeführt werden konnte. Als weitere Reserve stand noch ein Zug der Schutzkompanie des PRT-Kundus zur Verfügung. Allerdings befand sich dieser Verband während des Operationszeitraums noch im Kontingentwechsel und weitere Kräfte waren daher nicht verfügbar. Die US-Amerikaner hatten jedoch ebenfalls Reserven, die angefordert werden konnten. Der Kreis um das südliche Chadara schloss sich, als sich die übergelaufenen Kämpfer im Distrikt Ali Abad bereit erklärten, zusammen mit afghanischen Polizisten und einer US-Kompanie aus dem Süden das Gebiet abzuschneiden und dann nach Norden vorzustoßen, um im Rücken des Gegners eine weitere Front zu eröffnen. Ausgehend vom Dorf Rahmat Bay sollten beide Operationen zeitgleich beginnen und während US-amerikanische Minenräumer die Straße Little Pluto nach Norden von Sprengfallen räumen sollten, sollten die Polizisten und Kämpfer die Dörfer in der Umgebung sichern. Vom Regionalkommando Nord erhielt von Blumröder die Zusage, die Operation mit Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern zu unterstützen. Der Regionalkommandeur Generalmajor Fritz begrüßte das offensive Vorgehen gegen die Aufständischen. Insgesamt waren an der direkten Operation knapp 885 Soldaten beteiligt. Zusätzlich gab es etwa 300 weitere Unterstützungskräfte im unmittelbaren Umfeld. Am Morgen des 31. Oktober begann die Operation für die Soldaten der Taskforce Kunduz bereits in den frühen Morgenstunden. 150 von ihnen saßen um 3.30 Uhr an ihrer Ausgangsposition auf Höhe 432 von ihren gepanzerten Fahrzeugen ab. Auch das Sicherungselement der dritten Kompanie hatte sich bereits auf der Westplatte positioniert. Die Fläche vor Höhe 432 hatte sich in einen riesigen Parkplatz verwandelt. Gefechtsfahrzeugkolonnen reiten sich an Baumaschinen und Pionierfahrzeuge, die benötigt wurden, um den befestigten Außenposten zu errichten. Oberstleutnant von Blumröder hatte sich mit den Belgiern und Afghanen verabredet, gemeinsam in das Einsatzgebiet zu fahren. Um 5 Uhr morgens bewegte sich die Kolonne der Fahrzeuge durch die noch schlafende Stadt zur Brücke über den Fluss, vorbei am PHQ in Richtung Höhe 432. Kurz nachdem der Konvoi nach Süden abgebogen war, erhielten sie die Nachricht, dass US-amerikanische Minenräumer einen verdächtigen Gegenstand auf der Straße Little Pluto entdeckt hatten. Da sich das Roboterfahrzeug, das den Gegenstand untersuchen sollte, festgefahren hatte, kam es zu Verzögerungen. Es hatte sich daraufhin ein Stau gebildet, in dem die gesamte Kolonne der Afghanen, US-Amerikaner, Belgier und des deutschen Führungselements bis zu einer Stunde festsaßen. Umgeben von Feldern, in denen die schweren Fahrzeuge einsinken würden, war eine Umgehung der Position unmöglich. Auch die US-Kompanie, die in Richtung Isakel vorrücken sollte, stand in diesem Stau. Erst gegen sieben Uhr gelang es von Blumröder und seinem Konvoi, Höhe 432 zu erreichen. Die deutschen und belgischen Soldaten waren bereits im Feldlager in ihre Befehle eingewiesen worden. Die Soldaten standen in Marschordnung bereit und warteten auf den Einsatzbefehl. Am Vorabend hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der Gegner über die Operation Bescheid wüsste und es bereits beim Vormarsch auf das Dorf zu einem Hinterhalt kommen würde. Daher war die Stimmung angespannt. Die Afghanen traten unterhalb von Höhe 432 an und Major W. bereitete seine Soldaten auf die Operation vor. Nachdem die afghanischen Soldaten eingewiesen worden waren, stiegen die Befehlshaber zusammen auf die Höhe 432, um ein letztes Mal das Vorgehen abzustimmen. Major W. hatte zwar seinem deutschen Partner von Blumröder versprochen, dass es beim Einmarsch keinen Widerstand geben würde. Doch niemand konnte zu diesem Zeitpunkt wissen, wie der Marsch auf Quadliam ausgehen würde. Der Operationsbeginn war auf 8 Uhr festgelegt worden, aber durch den Stau kam es zu Verzögerungen. Die US-Kompanie stand immer noch im Stau und kam nicht an den bereitgestellten Fahrzeugen auf der Straße vorbei. Dabei sollte sie zuerst losmarschieren, um die linke Flanke gegen die feindliche Hauptangriffsrichtung zu sichern. Doch aus der Operationszentrale erreichte Oberstleutnant von Blumröder die Nachricht, dass zwei Apache-Kampfhubschrauber unterwegs waren. Blumröder entschied, dass die Kampfhubschrauber den Flankenschutz übernehmen sollten, sodass der Angriff wie geplant beginnen konnte. Zu Beginn der Mission flog ein US-Kampfjet im Tiefflug über Höhe 432 in Richtung Quadliam ein Show of Force. Hinter dem Dorf zog der Pilot die Maschine steil nach oben und stieg in den blauen Himmel über Kunduz. Zudem kreisten deutsche Drohnen am Himmel und überwachten die Umgebung. Die deutschen Aufklärer würden die nächsten 36 Stunden rund um die Uhr das Gebiet mit ihren KZO-Drohnen überwachen. Neben den Deutschen überwachten auch die US-Amerikaner das Gebiet über Isar-Kill mit Drohnen. Auf der Straße standen die US-Minenräumer bereit. Dahinter standen die deutschen Schützenpanzer des India-Zugs der 2. Kompanie, die die Kolonne sicherten. Kurz vor Operationsbeginn waren aus Norden die Rotoren der beiden Hubschrauber zu hören, die sich dem Einsatzgebiet näherten. Der Vormarsch auf das Dorf Quadliam konnte somit pünktlich um 8 Uhr beginnen. Die Operation Halmer-Zag war angelaufen. Mit einigem Abstand zur Straße bewegten sich die deutschen Soldaten in Kolonnenordnung nach Süden. Die Soldaten waren allerdings schwer beladen. Neben ihrer Standardausrüstung mit 30 Kilo trugen sie noch ein Daypack mit zusätzlicher Munition. Die wesentlich leichter ausgerüsteten afghanischen Soldaten bewegten sich daher wesentlich leichtfüßiger und setzten sich nach kurzer Zeit an die Spitze des Vorstoßes. Auf der Straße räumten parallel die RCP-Kräfte die Straße Little Pluto, während sich die Infanterie durch Baumreihen und Gräben in Richtung des Dorfes vorarbeitete. Als die deutsche Marschkolonne die Kreuzung im Bereich Isakel und Quadliam erreichte, marschierte sie vorbei an einem kleinen Friedhof mit Ruinen. Hier waren bereits in den Wochen zuvor Teile der zweiten Kompanie in ein Feuergefecht verwickelt worden. Die letzten 100 Meter des Vormarschs bis zu den ersten Gebäuden mussten über offenes Gelände durchgeführt werden. Aus Richtung des Dorfes waren vereinzelt Kalaschnikow-Salven zu hören, in das die afghanischen Soldaten bereits auf der Westseite eingedrungen waren. Gegen 9 Uhr hatte die deutsche Marschkolonne den Dorfrand erreicht. Dort saß auf einem ausgebreiteten Teppich Major W. vollkommen entspannt mit einigen Dorfbewohnern und unterhielt sich. Während die deutschen Soldaten weiter in das Dorf eindrangen, kam Oberstleutnant von Blumröder hinzu. Beide wollten den Dorfbewohnern den Eindruck vermitteln, dass die ISAF und Regierungstruppen das Geschehen unter Kontrolle hatten. Daher setzte sich von Blumröder nach Einladung ebenfalls zu der Gruppe. Immer wieder waren Feuerstöße von Kalaschnikows zu hören. Bis dahin war der Einmarsch der afghanischen und deutschen Soldaten relativ reibungslos verlaufen. Die am Vormarsch beteiligten Fliegerleitrupps saßen noch in ihren Fahrzeugen auf der Straße Little Pluto und beobachteten das Vorgehen über Drohnen auf ihren Bildschirmen. Gegnerische Kämpfer hatten sich nur kurze Rückzugsgefechte mit den Angreifern geliefert, bevor sie ausgewichen waren. Die Vermutung lag nahe, dass sie fürchteten, von der angreifenden Übermacht überrollt zu werden. Auch ihnen war die anrückende Truppenstärke nicht entgangen. Es hatte sich eine Fluchtbewegung von etwa drei Dutzend Personen gebildet, die über Feldwege Quadliam verließen. Die relative Ruhe des Vormarschs wurde jedoch durch eine laute Detonation erschüttert. Eines der US-amerikanischen Minenräumfahrzeuge hatte einen improvisierten Sprengsatz ausgelöst. Von Staub und Rauch eingehüllt, blieb das Fahrzeug jedoch intakt, und niemand war verletzt worden. Währenddessen hatte der Hotelzug nördlich des Dorfes bereits seine Verteidigungsstellung erreicht. Seine Aufgabe in den kommenden Tagen war es, die Baustelle für den Außenposten und die Bautrupps zu schützen. Daher bezogen die Soldaten rund um den Bauplatz Stellung und richteten die Hauptsicherung nach Osten aus. Dort lag in nur tausend Metern Entfernung die Ortschaft Isakel. Der Rest der Kompanie bewegte sich weiter durch die Ortschaft nach Süden und lief dabei neben der Straße, um möglichen Sprengfallen zu entgehen. Die Soldaten liefen durch menschenleere Straßen und schauten in verlassene Hauseingänge. Doch plötzlich beobachteten sie Bewegung vor ihnen im Dorf. Bewaffnete Personen waren zwischen den Häusern aufgetaucht. Über Funk riefen sie die Führungsgruppe. Sie waren unsicher, ob sie afghanische Soldaten oder Aufständische vor sich hatten. Sofort ließ von Blumröder den Vormarsch stoppen, um mit dem belgischen OLMT-Führer abzustimmen, wo sich die Afghanen gerade aufhielten. Tatsächlich hatten afghanische Soldaten die Hauptstraße in östlicher Richtung überquert und hatten sich vor die vorstoßenden deutschen Einheiten gesetzt. Nachdem die Lage geklärt war, gingen die deutschen Soldaten weiter vor. Der Foxtrot-Zug war in der Mitte der Ortschaft an seiner Ausgangsstellung angekommen. Am Dorfrand gingen die Soldaten zunächst in Richtung Osten in Stellung. In einem weiteren Schritt sollten die östlich gelegenen Gehöfte genommen werden, damit die Minenräumer bis zu diesem Abschnitt die Straße weiterräumen konnten. Allerdings waren die Gehöfte von Feldern umgeben, die, bis auf wenige Bewässerungsgräben, keinerlei Deckung boten. Bei der Führungsgruppe meldete inzwischen Major W., dass seine afghanischen Soldaten am Westrand des Dorfes ihre Stellungen erreicht hatten. Oberstleutnant von Blumröder wurde indes unruhig. Durch die Verzögerung waren seine Soldaten hinter den Zeitplan gefallen. Ihnen blieb nur ein kleines Zeitfenster, um die Verteidigung um Quadliam einzurichten, bevor die Aufständischen reagieren würden. Um sich von der Situation selbst ein Bild zu machen, brach er zusammen mit seiner Führungsgruppe auf. Der Foxtrott und Golfzug waren beim Vorstoß im Süden unter Beschuss geraten. Feindliche Schützen hatten aus den Häusern das Feuer auf sie eröffnet, wodurch der Vorstoß ins Stocken geraten war. Als Oberstleutnant von Blumröder am Ortsrand ankam, konnte er noch beobachten, wie sich bereits ein Großteil der Soldaten an die Gehöfte herangekämpft hatte. An die Außenmauer gepresst, warteten sie auf das Signal ihres Gruppenführers, um in die Höfe einzudringen. Nachdem der Befehl kam, traten die Soldaten die Holztore der Gehöfte auf, aus denen sie kurz zuvor noch beschossen worden waren. Der Golfzug war in einem Graben in Deckung gegangen, nicht weit entfernt von seiner vorgesehenen Verteidigungsstellung im Süden. Während der Foxtrott-Zug die Gehöfte sicherte, eröffnete der Gegner aus Richtung Osten erneut das Feuer. Über die Straße Little Pluto hinweg schossen die feindlichen Kämpfer auf die beiden Züge, die sofort das Feuer auf die feindlichen Stellungen erwiderten. Nach einiger Zeit verstummte das gegnerische Feuer wieder. Die Minenräumer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Position des Foxtrott-Zugs erreicht. Dieser hatte die Gehöfte bereits gesichert und seine Stellungen in den Häusern und auf den Dächern eingerichtet. Die Minenräumer hatten das Ende der Kämpfe abgewartet und wollten nun von der Gehöftegruppe aus dem letzten Abschnitt der Straße Little Pluto untersuchen. Der vereinbarte Wendepunkt lag nur etwas über 300 Meter entfernt. Bis dorthin sollte die Straße geräumt werden. Auch die deutschen Schützenpanzer waren bis zu den Gebäuden vorgestoßen, um ihnen bei ihrer Arbeit Deckung zu geben. Kaum hatten die Minenräumer mit der Arbeit begonnen, zerriss eine Explosion die trügerische Stille. Die Aufständischen hatten den Kampf abgebrochen, um aus ihrer Deckung heraus einen versteckten Sprengsatz detonieren zu lassen, den die Minenräumer nicht gefunden hatten. Genau in dem Moment, als ein deutscher Schützenpanzer die Stelle passierte, lösten sie den Sprengsatz aus. Die Besatzung hatte Glück, die Panzerung hatte standgehalten. Lediglich zwei Soldaten erlitten ein leichtes Knalltrauma. Die Besatzung wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Feldlager gebracht und konnte am nächsten Tag mit einem neuen Schützenpanzer wieder an der Operation teilnehmen. Aber der bewegungsunfähige Schützenpanzer musste zunächst geborgen werden, was die Fortführung der Minenräumoperation vorübergehend verhinderte. Nachdem der Schützenpanzer geborgen worden war, setzten die Minenräumer die Operation fort. Ein weiterer Sprengsatz wurde ausgelöst, doch auch dieses Mal wurde niemand verletzt. Der Golfzug hatte sich in der Zwischenzeit in seiner vorgesehenen Stellung eingerichtet. Er sollte vor allem das Dorf in Richtung Süden abriegeln. Dafür bezog die zweite Gruppe des Zuges dort ihre Position, während die erste Gruppe geteilt in zwei Trupps nach Osten und Westen die Flanken verteidigen sollte. Die Stellung, in der sie sich befanden, war von Gräben und Wellen durchzogen, die natürliche Deckung boten. An ihrer rechten Flanke begannen die Stellungen der Arna und des belgischen OLMT, die nach Westen hin Position eingenommen hatten. Während die anderen deutschen Züge das Glück hatten, in Häusern unterzukommen, würde der Golfzug in den kommenden Tagen in den Gräben vor Quadliam ausharren müssen. Die Verteidigungsstellung rund um das Dorf war von weiten Feldern umgeben, die nur an einigen Stellen durch Wassergräben und Baumreihen überwunden werden konnten. Vor der Stellung der zweiten Gruppe des Golfzugs stand in nur 50 Metern Entfernung eine Ruine und mehrere Gräben verliefen von Süd nach Nord. Die US-Kompanie war mit Verspätung in Richtung Isakel aufgebrochen, hatte aber ebenfalls bereits ihre Position erreicht. Im Vorort hatte es nur kurze Feuergefechte gegeben, als die US-Soldaten vorgerückt waren. Auch hier beobachteten die Aufklärer über Drohnen, wie eine Gruppe von bis zu 50 Personen dem Vorstoß der US-Soldaten ausgewichen war und sich nach Isakel zurückgezogen hatte. Als alle Einheiten ihre Positionen erreicht hatten und Ruhe eingekehrt war, musste Oberstleutnant von Blumröder anerkennend feststellen, dass das Versprechen von Major W. eingetroffen war. Quatliam war ohne größeren Widerstand eingenommen worden, doch die Ruhe war trügerisch. Nachdem die ISAF-Soldaten nicht weiter vorgerückt waren, versuchten die Aufständischen, die Stellungen ihrer Gegner auszukundschaften. Späher auf den Dächern der umliegenden Dörfer versuchten, Truppenbewegungen aufzuklären. Im Süden von Quatliam hatten sich sogar angebliche Zivilisten den deutschen Stellungen genähert, unter dem Vorwand, in das nächste Dorf gehen zu wollen, mitten durch das Gefechtsfeld, wo zuvor noch geschossen worden war. Der Verdacht lag nahe, dass sie die deutschen Stellungen auskundschaften wollten, um deren Position an die Aufständischen weiterzugeben. Mit Hilfe von Sprachvermittlern wurden sie wieder zurückgeschickt. Bald darauf mehrten sich die Anzeichen, dass ein Gegenangriff unmittelbar bevorstand. Die Drohnen hatten Feindkonzentrationen im Osten bei Isakel aufgeklärt. Zunächst hatten die Aufständischen die Einsatzkräfte nur mit kleineren Rückzugsgefechten verzögert. Doch nun sammelten sie sich zum Gegenangriff. Gegen 13 Uhr meldete auch Major W. seinem deutschen Partner, dass die Taliban seinen Informationen zufolge um 14 Uhr angreifen würden. Die deutschen Soldaten hatten sich in ihren Stellungen eingerichtet und Verteidigungspositionen eingenommen. Kurz vor 14 Uhr begann der Angriff. Heftiges Handwaffenfeuer kam aus Richtung Osten. Die US-Amerikaner vor Isakel und die Stellungen des Hotel- und Foxtrotzugs gerieten unter Beschuss. Der Gegner hatte sich gedeckt von Höfen und Gräben angenähert und das Feuer aus gut geschützten Stellungen eröffnet. Besonders intensiv schoss der Gegner aus einem verlassenen Gehöft im Osten und einem angrenzenden Graben, der ein kleines Wäldchen durchzog. Selbst das Feuer der 20 mm Kanone eines Marders des India-Zugs konnte den Gegner nicht vertreiben. Die Stellung war zu gut befestigt. Von dieser Position aus konnten die Aufständischen den gesamten Ortsrand von Quadliam unter Beschuss nehmen. Immer wieder wurden Panzerabwehrraketen auf die deutschen Kräfte abgefeuert, begleitet von Maschinengewehrfeuer. Die Fliegerleittrupps waren von ihren Fahrzeugen abgestiegen und arbeiteten nun im Zusammenspiel mit der Infanterie und Scharfschützen, um Feinstellungen aufzuklären. Zu diesem Zeitpunkt stand jedoch keine luftnahe Unterstützung zur Verfügung. Aber im Feldlager standen die Panzerhaubitzen bereit, Feuerunterstützung zu geben. Die Kompanie hatte den Einsatz der Geschütze angefordert. Die in der Operationszentrale sitzende Rechtsberaterin hatte grünes Licht gegeben, woraufhin der Regionalkommandeur den Einsatz freigegeben hatte. Das Gehöft stand weit genug von anderen Gebäuden entfernt, sodass das Risiko, zivile Ziele zu treffen, sehr gering war. Die Soldaten beobachteten gespannt den Horizont aus einer Entfernung von 300 Metern. Zunächst gingen zwei Einzelschüsse auf das Ziel nieder, doch der Gegner feuerte immer noch aus der Stellung. Erneut flog ein Panzerabwehrgeschoss durch die Luft in Richtung der deutschen Stellungen. Vier weitere Granaten wurden angefordert, die in kurzer Folge auf die Stellung niedergingen. Die nähere Umgebung hüllte sich in eine Wolke aus Pulverdampf und Staub. Danach kehrte Ruhe in dem Gefechtsabschnitt ein. Die Drohnenaufklärung beobachtete, wie Verwundete aus der Stellung weggebracht wurden. Doch dann meldete sich die in Raumverantwortung eingesetzte dritte Kompanie. Das PAQ wurde mit Mörsergranaten angegriffen. In einem gegenüberliegenden Laden war eine Granate eingeschlagen und hatte einen Zivilisten getötet. Die Aufständischen griffen nun auch aus dem nördlichen Shah Dara an, um beim PAQ-Truppen zu binden und um so die Operation im Süden zu stören. Auch im Süden nahm die Heftigkeit der Kämpfe zu. Die US-Amerikaner in Isakel bekamen nun die volle Wucht des gegnerischen Angriffs zu spüren. Sie wurden nun nicht nur mit Handfeuerwaffen und Panzerfäusten, sondern auch mit schweren Waffen wie rückstoßfreien Geschützen und Mörsern angegriffen. Zudem setzten die Aufständischen mindestens einen Granatwerfer des Typs AGS-17 ein. Auch Scharfschützen eröffneten das Feuer auf die Soldaten. Über ihre Drohnen beobachteten die Aufklärer im Feldlager eine neue Welle feindlicher Kämpfer, von denen jeweils 40 aus dem Osten und dem Süden herangeführt wurden und nun die Verteidigung um Quadliam angriffen. Auch sie hatten schwere Waffen in Form von rückstoßfreien Geschützen dabei. Die ISAF-Streitkräfte erwiderten das Feuer und so entbrannte ein heftiges Gefecht entlang der gesamten Gefechtslinie, von Isakel bis Quadliam. Gegen 16 Uhr war der Feinddruck so stark angewachsen, dass der Kompaniechef der zweiten Kompanie befürchtete, dass seine eigenen Stellungen für einen solchen Angriff zu weit auseinandergezogen waren. Die Stellungen der deutschen Züge waren jeweils mehrere hundert Meter voneinander entfernt. Daher beantragte er Verstärkung durch die Reserve. Zunächst wurde eine neue Reserve gebildet, dann wurde der Befehl zum Ausrücken gegeben. Der verstärkte Zug der dritten Kompanie machte sich aus dem PHQ auf den Weg, um die Stellungen im Süden zu verstärken. Doch kurz nachdem der Zug die Höhe 432 passiert hatte, fuhr einer der Schützenpanzer auf einen improvisierten Sprengsatz. Die Strecke war zuvor zwar geräumt worden, doch scheinbar war der Sprengsatz zu gut versteckt gewesen, um ihn zu finden. Auf diesem kurzen Stück zwischen Höhe 432 und Quadliam war es bereits der vierte Sprengsatz, der detoniert war. Doch auch dieses Mal hatte die Besatzung Glück, niemand wurde verletzt. Der gesamte Vorstoß der Reserve war jedoch zum Stillstand gekommen. Die Soldaten in Quadliam mussten ohne Verstärkung den Angriff zurückschlagen. Im Südwesten griffen nun auch afghanische und belgische Soldaten in die Kämpfe ein. Nach einiger Zeit nahm das Feindfeuer spürbar ab. Die Verteidigung hatte Stand gehalten. Die Kämpfe flammten zwar zwischendurch immer wieder auf, doch die Waffen verstummten nach kurzer Zeit wieder, sodass die Reserve nach Bergung des beschädigten Schützenpanzers wieder zur Höhe 432 zurückgenommen werden konnte. Gegen Abend, als die Dämmerung einsetzte, kehrte wieder Ruhe in der Umgebung von Quadliam ein. Die Aufständischen kämpften nachts nicht, weil sie wussten, dass sie gegen die technologisch überlegenen ISAF-Soldaten keine Chance hatten. In ihren Verteidigungsstellungen bereiteten sich die Soldaten auf die Nacht vor. Munition und Nahrung waren im Süden knapp geworden. Dennoch konnte zunächst kein Nachschub herangeführt werden. Die Fahrzeuge hätten im Notfall den einzigen Verbindungsweg für die Reserve nach Quadliam versperrt. Und durch die heftigen Kämpfe gab es auch keinen anderen Platz, wo sie abgestellt werden konnten. Auch die Pioniere hatten bereits ihre Vorbereitungen getroffen. Die Fläche für den befestigten Außenposten war bereits angelegt worden. Doch man wollte mit der Errichtung warten, bis die Dorfbewohner ihre Einwilligung dazu gegeben hatten. Dazu sollte am nächsten Tag eine Schura in der örtlichen Moschee abgehalten werden, die Major W. bereits am Morgen vereinbart hatte. Für diesen Tag hatten sich einige Annahmen der Planung der Operation bereits bewahrheitet. Der Gegner reagierte heftig. In den kommenden Tagen massierte der Feind in mindestens drei Gruppen seine Kräfte aus dem Osten, Süden und Westen. Das Ziel des offensiven Vorgehens war vermutlich der Versuch, den Isav-Truppen frühzeitig Verluste zuzufügen, bevor diese sich festsetzen konnten. Die Annahme war, dass man sie so zum Rückzug drängen könnte. Die bewegliche Befehlsstelle der Taskforce Kundus und des belgischen OLMT richtete sich im Süden von Quadliam ein, in unmittelbarer Nähe des Befehlsstands des Arna-Bataillonsführers, nur 150 Meter von der Hauptkampflinie im Süden entfernt. Zudem wurden Absprachen getroffen, um Eigenbeschuss in der Nacht zu vermeiden. Während der Nacht schoss die deutsche Artillerie immer wieder Gefechtsfeldbeleuchtung ab, um den Aufständischen das Gefühl zu geben, beobachtet zu werden. Auch der Motor der deutschen Drohne, wegen seines Zweitaktmotors von den Soldaten auch Rasenmäher der Lüfte genannt, war in der Nacht zu hören, während sie die Umgebung überwachte. Am nächsten Tag kam es bereits um 7.15 Uhr im Bereich der US-Soldaten bei Isakel zu kurzen Feuergefechten. In Quadliam kam es derweil zu einer starken Fluchtbewegung der Zivilbevölkerung in Richtung Norden. Offenbar hatten die aufständischen Kontakt mit der Bevölkerung aufgenommen und mitgeteilt, dass sie die Sicherheit der Dorfbewohner nicht garantieren könnten. Trotz dieser Fluchtbewegung blieben überall auf dem Kampffeld Zivilisten in ihren Häusern und Höfen zurück. Gegen 8 Uhr morgens erreichte die deutschen Führungselemente die Information, dass es einen Anschlag auf den stellvertretenden Polizeichef von Kundus gegeben hatte. Er hatte leicht verletzt überlebt. Die Absicht dahinter war jedoch klar. Die Aufständischen versuchten, die Sicherheitskräfte an anderen Orten zu binden, ähnlich wie beim Angriff auf das PHQ am Vortag. Die Operation hatte den Gegner verunsichert, daher versuchte er nun an anderen Stellen zuzuschlagen, um die Positionen um Quadliam und Isakel zu schwächen. All das waren keine guten Vorzeichen für die angesetzte Versammlung der Dorfältesten in der örtlichen Moschee, die an diesem Morgen stattfinden sollte. Vor der Moschee hatte sich bereits eine größere Menschenmenge versammelt. Im Innenhof nahmen die Soldaten und Dorfältesten auf einem großen Teppich Platz. Vor der Moschee verteilten Kräfte der OP-Info, ISAF Druckerzeugnisse sowie Jacken und Bälle für Kinder. Man wollte die Zustimmung der Dorfbewohner zum geplanten befestigten Außenposten erhalten. Zudem erhoffte sich die Führung Informationen über versteckte Sprengsätze in der Umgebung. Nur der geschickten Gesprächsführung von Major W. war es zu verdanken, dass die Dorfältesten schließlich dem Bau zustimmten. Gegen 10.30 Uhr endete die Versammlung. Zivile Opfer wurden nach Angaben der Bundeswehr nicht berichtet. Bereits während der Versammlung flammten die Kämpfe bei Isakel erneut auf. Es gab auch erste Gefechte bei den deutschen Verteidigungsstellungen, die jedoch zunächst wieder abäppten. Oberstleutnant von Blumröder und Major W. begaben sich in ihre Gefechtsstände. Dort befahl der deutsche Kommandant sofort mit dem Bau des befestigten Außenpostens zu beginnen. Gegen 11.30 Uhr starteten die Aufständischen erneut einen Angriff. Wieder griffen sie in breiter Front die Verteidigungsstellungen rund um Quadliam und Isakel an. Dieses Mal setzten sie auch Mörser ein. Der Beschuss traf vor allem die Baustelle im Norden von Quadliam. Die feindlichen Kämpfer hatten die beginnenden Arbeiten dort beobachtet und versuchten diese zu stoppen. Durch den plötzlich auftretenden Beschuss, der ohne Vorwarnzeit über die Pioniere hereinbrach, konnten die Arbeiten nicht fortgeführt werden. Die Pioniere griffen daher zu ihren Waffen und verstärkten die Verteidigung im Bereich der Baustelle. Eine der feindlichen Mörserstellungen konnte kurz darauf aufgeklärt werden. Die Angreifer hatten sich zwischen mehreren Wohnhäusern versteckt und dort eine ihrer Feuerstellungen errichtet. Durch die mögliche Gefährdung von Zivilisten konnte das Ziel nicht bekämpft werden. Eine weitere aufgeklärte Feuerstellung konnte nach Einweisung des Joint Fire Support Teams durch Steilfeuer vernichtet werden. Die Angriffe der Aufständischen kamen nun im Stundentakt. Immer wieder ebten die Kämpfe ab, um kurz darauf mit hoher Intensität wieder aufzuflammen. Gegen 13.45 Uhr trafen zwei Apache-Kampfhubschrauber ein. Alleine das Geräusch der Rotoren reichte aus, um das Feuer des Gegners verstummen zu lassen. Die Aufständischen brachen sofort den Kampf ab und wichen aus oder versteckten sich. Gegen die Kampfhubschrauber hatten sie keine wirkungsvollen Waffen. In der Zwischenzeit hatten die deutschen Pioniere am Bauplatz des Außenpostens bereits damit begonnen, mit Hilfe ihrer Pionierpanzer die ersten Gräben zu ziehen. Im nächsten Schritt sollten die Umgrenzungen mit HESCO-Bags erstellt werden. Nachdem die Kampfhubschrauber abgedreht waren, um im US-amerikanischen Feldlager aufzutanken, begann der Beschuss durch die Aufständischen erneut. Der Gegner nahm die Baustelle mit Handfeuerwaffen unter Beschuss. Dabei versuchte er außerhalb der deutschen Waffenreichweite zu bleiben und schoss aus großer Distanz mit geringer Genauigkeit in Richtung der Baustelle. Die Führungsgruppe um Oberstleutnant von Blumröder hatte kurz zuvor die Baustelle in Augenschein genommen, als der Beschuss begann. Kurz darauf gingen auch wieder die ersten Mörsergranaten auf das Baufeld nieder. Schnell zog sich die Führungsgruppe ins Zentrum des Dorfes zurück, um Deckung zwischen den Häusern zu suchen. Gegen 14.45 Uhr war die Führungsgruppe wieder im deutschen Gefechtsstand angekommen. Als das Gewehrfeuer aus dem Süden immer intensiver wurde und kurz darauf Explosionen die Umgebung erschütterten. Die Aufständischen schossen mit Panzerabwehrwaffen auf die deutschen Stellungen. Granaten explodierten vor, hinter und in den Stellungen der Verteidiger. Das Feindfeuer aus dem Süden war so heftig, dass es sogar in den Stellungen des Flankenschutzes des Golfzugs einschlug und die Soldaten zwang, in Deckung zu gehen. Selbst der Gefechtsstand der Kompanie wurde durch Feindfeuer getroffen. Bis auf 50 Meter hatten sich die Angreifer im Schutze der Ruine an die Stellung herangearbeitet. Aus dem Osten und Westen schoss der Gegner Unterdrückungsfeuer auf die deutschen Positionen. Panzerabwehrraketen flogen immer wieder über die Stellung und schlugen im Nahbereich ein. Teilweise traf das feindliche Deckungsfeuer aus dem Osten die Verteidigungsstellung im Westen. Die zweite Gruppe des Golfzugs, die im Süden verteidigte, stand bereits im Nahkampf. Die Gegner waren jetzt bereits bis auf 20 Meter an die deutschen Stellungen herangekommen. Der Feind hatte über die Ruine angesetzt und griff mit voller Härte an. Durch den heftigen Beschuss mussten einige Soldaten aus ihren Stellungen zurückweichen, um den Feuerkampf weiterführen zu können. Immer wieder erschütterten Explosionen die Stellungen. Die Soldaten des Golfzugs lagen in ihren Gräben und versuchten den Angriff zurückzuschlagen, als plötzlich das dumpfe Hämmern von Automatikkanonen aus Richtung Osten zu vernehmen war. Die Soldaten beobachteten, wie Spreng- und Brandmunition in den Baumwipfeln und Gräben der Angreifer explodierten. Das gegnerische Feuer verstummte sofort. Bewusst über die kritische Lage, in der sich seine Soldaten im Süden befanden, hatte der Kompaniechef der zweiten Kompanie einen Gegenstoß in die Flanke der Gegner befohlen. Schützenpanzer Marder des India-Zugs waren daraufhin in den Süden vorgestoßen und standen zwischen den Stellungen des Foxtrot- und Golfzugs auf dem Feld. Der Gegenstoß hatte die Aufständischen aus dem Konzept gebracht. Der Angriff im Nahbereich auf die Stellungen des Golfzugs war zusammengebrochen. Doch auch die Aufständischen hatten noch Reserven. Die Marder-Schützenpanzer waren für den Gegenstoß sehr weit in den Süden gefahren und bewegten sich auf offenem Gelände nahe an den gegnerischen Stellungen. Aus dem Osten und Süden nahmen Panzerabwehrschützen einen der Marder ins Visier. Eine Kanonade von Panzerabwehrgeschossen schlug um den Schützenpanzer ein. Der Kommandant hatte sein Fahrzeug jedoch in Bewegung gehalten, um kein leichtes Ziel abzugeben. Eingehüllt in aufgewirbelten Staub der Ketten und Explosionen der Geschosse befürchtete der Kompaniechef bereits, den Marder samt Besatzung verloren zu haben. Doch der Schützenpanzer brach aus der Staubwolke aus und nahm mit seiner Maschinenkanone und einem MG die Stellungen der feindlichen Schützen unter Feuer. Während er nach Norden abdrehte, um sich aus der exponierten Lage auf offenem Feld wieder in Richtung der Stellungen des Foxtrotzugs zu bewegen. Aber der deutsche Gegenstoß hatte den Fliegerleitrupps der Belgier und Deutschen genug Zeit verschafft, einen weiteren Gegenangriff zu organisieren. Dieses Mal aus der Luft. Der Luftraum über Quadliam und Isakel war praktisch durchgehend belegt. Die Luftunterstützung flog Angriffe und die Artillerie schoss Steilfeuer auf Stellungen der Aufständischen am Boden. Zwei Kampfhubschrauber kreisten über den Dörfern und beschossen die feindlichen Stellungen mit ihren Bordmaschinenkanonen. Kaum hatten sie abgedreht, flogen F-15 Kampfflugzeuge ein und führten einen Show of Force durch, bevor sie mit ihren Bordwaffen angriffen oder Präzisionsbomben auf die feindlichen Stellungen abwarfen. Am Boden hatten die deutschen Soldaten eine weitere der Feindstellungen aufgeklärt. Der Gegner hatte sich in einem Bewässerungsgraben zwischen zwei Gehöften verschanzt. Von dort schossen sie auf die Verteidigungsstellung und zogen sich immer wieder zurück in die Gebäude. Der Fliegerleitoffizier koordinierte Artillerie Steilfeuer auf die gegnerische Stellung, als sich sein belgischer Kollege über Funk meldete und Verbindung zu einem Kampfjet hatte. Nun wurde auch das Kampfflugzeug auf die gegnerische Stellung gelenkt. Nachdem der Gegner wieder das Feuer aus der Stellung eröffnet hatte, forderte der Fliegerleittrupp eine Artilleriegranate auf ein Ende des Grabens an. Eine halbe Minute später schlug das Geschoss ein. Die Gegner flüchteten daraufhin in die andere Richtung des Grabens. Dann schlug das Kampfflugzeug zu. Eine Minute später befand sich eine 500 Pfund Bombe aus knapp drei Kilometern Höhe im Zielanflug. Sie explodierte im mittleren Abschnitt des Grabens, in dem vier Angreifer via Luftbilder zu erkennen waren. Nach der Detonation meldete der Pilot, dass es keine Bewegung mehr im Umkreis der Explosionsstelle gab. In dieser Demonstration von Feuerüberlegenheit brach der feindliche Angriff unter spürbaren Verlusten schließlich komplett zusammen. Die Soldaten des Golfzugs waren nach dem heftigen Angriff mit ihrer Munition am Sperrbestand angekommen. Also die Mindestmenge an Munition, die für den absoluten Notfall vorgehalten werden sollte. Doch der mitgeführte Nachschub in den Fahrzeugen bei Höhe 432 konnte immer noch nicht nachgezogen werden. Die Verbindungsstraße musste offen gehalten werden, für den Fall, dass die Reserve herangeführt werden musste. Die Munition musste zunächst rationiert werden. Trotz des heftigen Rückschlags waren die Aufständischen noch nicht besiegt. Um die Kämpfer im südlichen Chardara zu entlasten, gingen nun auch mehrere aufständische Gruppen im Norden gegen das Polizeihauptquartier vor. Mit Mörsern und Handfeuerwaffen wurde der befestigte Außenposten angegriffen. Der Gegner versuchte dort, die Kräfte der Isaf zu binden und den Nachschub nach Quatliam zu stören. Doch auch hier reagierten die deutschen Soldaten mit einem Gegenangriff. Mit Unterstützung aus der Luft unternahmen sie einen Ausfall aus dem PHQ und drängten die Aufständischen wieder in den Norden zurück. Gegen 17 Uhr setzte der Feind im Raum Quatliam erneut zum Angriff an. Im Süden hatte sich ein Scharfschütze auf die Stellungen von Golf 1 eingeschossen. Immer wenn sich Soldaten oberhalb des Walds zeigten, wurden sie unter präzises Feuer genommen. Bereits bei einer vorherigen Mission hatte die deutsche Aufklärung durch Abhören des gegnerischen Funks in Erfahrung bringen können, dass sich tschetschenische Ausbilder unter den Kämpfern befanden. Sie verfügten über weitreichende Gefechtserfahrung und kämpften in Spezialverwendungen, unter anderem als Scharfschützen. Einer dieser Kämpfer lag nun vermutlich irgendwo vor den deutschen Stellungen und nahm die Soldaten mit seinen Scharfschützengewehr ins Visier. Doch die Fallschirmjäger hatten die vermutete Stellung des Schützen aufgeklärt. Es wurde Steilfeuer angefordert. Die Salve, auf das nur 200 Meter entfernte Ziel, wurde freigegeben. Die beiden Geschosse flogen heulend heran und schlugen mit lautem Knall in den Graben auf der Gegenseite ein. Auch im Vorort von Isakel wurde wieder das Feuer eröffnet. Die US-Amerikaner wollten nun ebenfalls offensiv gegen eines der Gehöfte vorgehen, aus dem sie regelmäßig angegriffen wurden. Doch Oberstleutnant von Blumröder lehnte den Angriff ab. Er befürchtete, dass genau darin die Absicht der Aufständischen bestand. Denn in der stark bebauten Umgebung von Isakel konnte die Luftunterstützung nicht wirken, ohne die Zivilbevölkerung zu gefährden. Er vermutete, dass die Aufständischen die US-Amerikaner in dem unübersichtlichen Gelände in einen Hinterhalt locken würden, bei dem sie in ihren gut befestigten Stellungen nur darauf warten mussten, dass die Amerikaner in ihr Schussfeld liefen. Gegen 18 Uhr war aber auch dieser Angriff so weit abgeklungen, dass bis zur Abenddämmerung keine weiteren Kampfhandlungen mehr ausbrachen. Die Soldaten im Süden konnten in dieser Nacht zum ersten Mal mit Feldverpflegung versorgt werden. Da die Operation zunächst für maximal 48 Stunden geplant gewesen war, aber ein Ende der Kämpfe am Abend des zweiten Tages nicht absehbar war, forderte die Taskforce Kundus Verstärkung durch das Regionalkommando Nord an. Eine Gebirgsjägerkompanie, die zu diesem Zeitpunkt im Raum Baglan eingesetzt war, wurde daraufhin aktiviert und in den Raum Kundus beordert. Am dritten Tag der Operation sollte um 9 Uhr morgens eine weitere Versammlung im Polizeihauptquartier von Chardara stattfinden. Dieses Mal sollten auch die Dorfältesten aus den umliegenden Dörfern teilnehmen. Der befestigte Außenposten bei Quadliam nahm allmählich Form an und die Pioniere arbeiteten unter Hochdruck weiter. Der Baufortschritt war zwar nicht so weit fortgeschritten wie geplant, da die Arbeiten aufgrund von Mörserangriffen zeitweise unterbrochen werden mussten. In den letzten beiden Tagen hatten die Aufständischen versucht, Schwachstellen in der Verteidigung von Quadliam zu finden, waren jedoch immer wieder zurückgeschlagen worden. Dabei hatte sich ein Muster im Vorgehen der aufständischen Kämpfer gezeigt. Etwa eine halbe Stunde nach dem Morgengebet griffen sie an. Ein bis zwei Stunden dauerten die Kampfhandlungen, bevor sie wieder abschwächten, um dann kurz darauf in Wellen über den Tag verteilt wieder loszubrechen. Die Soldaten hatten nur Ruhe, wenn die Nacht hereinbrach, der Moezin zum Gebet rief oder die Kampfhubschrauber über dem Schlachtfeld kreisten. Auch an diesem Tag planten die Aufständischen erneut anzugreifen. Während die Führungsgruppe im Polizeihauptquartier auf den Beginn der Versammlung wartete, wurden die US-amerikanischen Soldaten in Isar-Kehl um 10 Uhr angegriffen. Gleichzeitig eröffneten die Kämpfer ihren Angriff auf die deutschen Stellungen. Die Kämpfe schwächten nach etwa einer Stunde ab, entfachten aber kurz darauf erneut. Der Gegner setzte schwere Waffen ein und beschoss das Baufeld mit Mörsern. Gegen die Stellungen der Soldaten wurden Panzerabwehrwaffen eingesetzt. Die Versammlung im Polizeihauptquartier begann erst anderthalb Stunden verspätet. Nur sporadisch trafen die Dorfältesten aus den umliegenden Dörfern ein. Doch schließlich kamen sogar Dorfälteste aus Isar-Kehl. Neben der Militärführung war auch der stellvertretende Leiter des PRT-Kundus vor Ort, um die zivilen Aufbauprojekte vorzustellen. Bei dieser Versammlung berichteten die Dorfältesten erneut, dass es bisher keine zivilen Opfer gegeben hatte. Die Versammlung löste sich jedoch ohne eine wirkliche Einigung zu finden auf, als der Kampflärm aus Quadliam bis zum Polizeihauptquartier drang. Es waren mehrere Explosionen zu hören und die Einschläge hörten nicht auf. Die ISAF-Truppen im Kampfgebiet forderten wieder Luftunterstützung und Artilleriefeuer an. An diesem Tag flogen die Kampfflugzeuge der ISAF insgesamt dreimal Angriffe auf die feindlichen Stellungen. Die Soldaten des Golfzugs forderten erneut Artillerieunterstützung an. Zwei Schützen wurden in einem benachbarten Graben aufgeklärt und zwei Granaten schlugen in ihrem Bereich ein. Die belgischen Soldaten beobachteten die Auswirkungen des Feuers auf ihren Bildschirmen der Waffenanlage. Kurz nachdem die letzten Teilnehmer der Versammlung das Polizeihauptquartier verlassen hatten, weiteten die Aufständischen ihre Angriffe weiter nach Norden aus. Gegen 14.15 Uhr wurde das PHQ wieder mit Mörsern angegriffen. Der Feind versuchte erneut, Truppen zu binden und den Nachschub in den Süden zu unterbinden. Um 15 Uhr gab es Meldungen, dass sich bei der Ortschaft Bajowri eine größere Menschenmenge versammelt hatte. Es wurde befürchtet, dass das deutsche Sicherungselement weiter nördlich auf der Westplatte Ziel eines Angriffs werden könnte. Ein Angriff auf diese Position hätte den rechten Flankenschutz gebunden und dem Gegner ermöglicht, die Westseite von Quadliam anzugreifen. Bisher waren die afghanischen Soldaten in dieser Verteidigungslinie von stärkeren Angriffen verschont geblieben. Nach Rücksprache mit der Operationszentrale wurde die Aufklärereinheit mit zwei Fennec-Spähpanzern entsandt, um die Lage nahe der Westplatte aufzuklären. Mithilfe einer Aladin-Drohne operierten die Aufklärer von dem Hochplateau in Richtung Süden, um mögliche Feindkräfte aufzuklären. Nach einer halben Stunde kam die Entwarnung. Die Gruppe bestand lediglich aus Feldarbeitern, die sich zur gemeinsamen Pause versammelt hatten. Als gegen 16.30 Uhr zwei Kampfhubschrauber im Luftraum über dem Kampfgeschehen eintrafen, brach der Angriff abrupt ab. Die Pioniere nutzten das Zeitfenster, um auf der Baustelle ungestört zu arbeiten und den Bau des Außenpostens voranzutreiben. Wir haben sich hier mit den Mörsern eingegabelt, haben das Baufeld, weil sie nicht wollen, dass wir uns für längere Zeit hier festsetzen, in Anführungsstrichen, haben das hier beschossen. Währenddessen haben wir dann versucht, hier zu bauen, unter Beschuss natürlich nicht mehr, sondern haben dann hier mit verteidigt und haben im Zusammenwirken mit der Infanterie den Feind dann hier geworfen. Es ist auch zum Einsatz gekommen, die amerikanischen Bomber, die Artillerie, die Mörser von der Arna, alles. Einmal das komplette Paket. Von Seiten der US-amerikanischen Streitkräfte gab es Meldungen, dass der angekündigte Angriff der afghanischen Militionäre und Polizisten mit Unterstützung von US-Soldaten angeblich am nächsten Tag beginnen sollte. Bisher hatte sich der Angriff immer wieder verzögert. Am Abend erreichte die Soldaten im Kampfgebiet die Meldung, dass die Aufständischen planten, Selbstmordattentäter in Quadliam einzusetzen. Die ISAF-Truppen waren immer noch nicht abgezogen. Was die Aufständischen immer nervöser machte und sie dazu bewegte, ihre effektivsten, aber begrenzten Ressourcen einzusetzen. Entgegen der Taliban-Propaganda, die behauptete, über Dutzende Selbstmordattentäter im Raum Kunduz zu verfügen, waren Selbstmordattentäter tatsächlich eher selten verfügbar. Meist handelte es sich um Kinder oder Jugendliche, die in pakistanischen Koranschulen indoktriniert und dann nach Afghanistan verkauft wurden, um sie einzusetzen. Am Ende des Tages konnten die Fahrzeuge des Golfzugs endlich von der Höhe 432 in die Dorfmitte von Quadliam verlegt werden, um den Munitionsnachschub zu sichern. Aufgrund des anhaltenden Beschusses der Baustelle im Norden von Quadliam verzögerte sich die Verlegung der Fahrzeuge jedoch bis in die Nacht. Am nächsten Morgen brach die deutsche Führungsgruppe um Oberstleutnant von Blumröder früh auf und traf um 7 Uhr morgens in der Operationszentrale im Feldlager ein. Dort wollte sich Oberstleutnant von Blumröder mit seinem Chefplaner Major Henkel über das weitere Vorgehen abstimmen. Denn nicht nur die Aufständischen waren nervös geworden. Im deutschen Planungsstab hatte man nicht mit so lang anhaltenden Kampfhandlungen gerechnet. Daher musste überprüft werden, ob die zur Verfügung stehenden Ressourcen ausreichen würden, die Operation weiterzuführen. Aus den kalkulierten 48 Stunden der Clear-Phase waren bereits 72 Stunden geworden und ein Ende war nicht in Sicht. In der Operationszentrale waren die verschiedenen Abteilungen der Taskforce Kundus damit beschäftigt, die Operation am Laufen zu halten. Die gute Nachricht an diesem Tag war, dass der Angriff aus Süden tatsächlich begonnen hatte. Die ANP, lokale Milizen und eine US-Kompanie gingen gegen die Aufständischen vor. Unterstützt durch eine Minenräumeinheit der US-Amerikaner, die die LOC Little Pluto von Süden nach Norden von Sprengsätzen räumte, flankierten die Polizisten und Milizen das Vorgehen. Dabei wurden jedoch zwei US-amerikanische Soldaten bei der Explosion einer Sprengladung schwer verletzt und mussten ins Feldlazarett gebracht werden. Bei Isakel und Quadliam begann der Angriff der Aufständischen wie an den Tagen zuvor pünktlich nach dem Morgengebet. Der Golfzug erwiderte das Feuer, nachdem er neu aufmunitioniert worden war. Aufgrund der intensiven Kämpfe gerieten einige Gebäude, die von den Aufständischen als Stellungen genutzt wurden, in Brand. Nach dem Ende der Planungsbesprechung brach die Führungsgruppe erneut ins Kampfgebiet auf. Zunächst stoppte die Kolonne bei Isakel, um bei den US-amerikanischen Stellungen nach dem Rechten zu sehen. Keine 80 Meter vor den Stellungen der Amerikaner lagen die Häuser, aus denen die deutschen Soldaten bereits damals am Karfreitag beschossen worden waren. Direkt vor den Stellungen stand das ausgebrannte Wrack des Dingos, das beim damaligen Gefecht zurückgelassen werden musste. Der deutsche Gefechtsstand war in der Zwischenzeit von einer Panzerfaustgranate getroffen worden, aber niemand wurde dabei verwundet. Auf der Baustelle des befestigten Außenpostens waren die Arbeiten bereits weit vorangeschritten. Und trotz der stetigen Angriffe der Aufständischen rückte die Fertigstellung immer näher. Die ersten Kieslaster einer lokalen Firma hatten ihre Ladung bereits auf der Baustelle abgeladen. Die Kämpfe flammten zwar immer wieder auf, aber die Angriffe waren nicht mehr so intensiv wie an den vorherigen Tagen. Die Offensive im Süden hatte die Aufständischen offenbar überrascht. Immer mehr Meldungen erreichten den deutschen Gefechtsstand, dass der Gegner am Ende seiner Kräfte war. Die Operation im Norden, zusammen mit dem Vorstoß im Süden, kesselte den Feind ein. Die Geografie des Geländes, die Chardara für die Aufständischen für eine sehr lange Zeit zum perfekten Rückzugsraum direkt vor dem deutschen Feldlager gemacht hatte, wurde jetzt für sie zur Falle. Der Kundusfluss im Osten und die Geländekante der Westplatte mit nur wenigen Aufgängen wirkten nun als flankierende Barrieren und schlossen die Aufständischen zwischen zwei Fronten ein. Auch ihre Verbündeten im Norden unternahmen ab dem vierten Tag keine Entlastungsangriffe mehr. Scheinbar hatten sie nun endgültig die Unterstützung der Aufständischen im Süden aufgegeben. Da nun auch noch die Munition der Kämpfer auszugehen drohte, wurde die Lage im südlichen Chardara für sie unhaltbar. Was darauf folgte, sollte der letzte Sargnagel des aufständischen Widerstands im Süden sein. Einige lokale Kämpfer wollten die Waffen niederlegen und in der Zivilbevölkerung ihrer Dörfer untertauchen. Die motivierteren Kämpfer aus anderen Gebieten wollten jedoch weiterkämpfen. Bis in die befestigten Ortschaften wollten sie den Kampf fortführen, was Kollateralschäden und Verluste unter der Bevölkerung bedeutet hätte. Als dann auch noch Streit um die Munitionsreserven ausbrach, die angeblich den ausländischen Kämpfern von den lokalen Aufständischen vorenthalten wurden, zerbrach die Aufständische Allianz im südlichen Chardara endgültig. Am Abend kam es im von den Aufständischen gehaltenen Gebiet zu einer überraschenden Fluchtbewegung von mehreren hundert bis tausend Personen. Die Menschenmenge überquerte den Kundusfluss über eine Fähre und eine Furt bei der Ortschaft Haji Amanullah. Die Sicherheitskräfte konnten die Fluchtbewegung aufgrund der möglichen Anwesenheit von Aufständischen unter den Zivilisten nur bedingt verhindern. Die Gefahr von Granaten und Bomben, die in der Menschenmenge gezündet werden könnten, war hoch, weshalb ein Eingreifen nur unter Lebensgefahr für die Zivilisten und Polizisten möglich gewesen wäre. Es wurde auch angenommen, dass sich Aufständische in der Menge mit Burkas getarnt hatten und sich unter den Zivilisten versteckten. An einem anderen Polizeiposten hatten afghanische Polizisten berichtet, zwei bärtige Männer erschossen zu haben, die versucht hatten, unter Burkas versteckt einen Checkpoint zu durchbrechen, um unbemerkt aus dem Kampfgebet zu fliehen. Die Fluchtbewegung, die wahrscheinlich durch die Aufständischen ausgelöst worden war, sollte ihren Rückzug aus dem Gebiet decken. Auf diese Weise soll der harte Kern der Kämpfer, etwa 80 Personen, aus dem südlichen Shah Dara entkommen sein. Für den deutschen Führungsstab hatte die Operation eine unerwartete Wendung genommen, die ihre Erwartungen übertrafen. Sie hatten bisher eine Abschwächung der Kämpfe erwartet und die Rückkehr zum Status quo mit Sprengstoffanschlägen und Hinterhalten. Nun bestand die Möglichkeit, dass die Aufständischen im gesamten südlichen Shah Dara geschlagen waren. Aber es herrschte immer noch Skepsis. Die Kämpfe hatten zwar an Intensität verloren, aber die Aufständischen verfügten noch über Reserven und gut vorbereitete Stellungen rund um Isakel und Haji Amanullah, auf die sie sich zurückziehen konnten. Den Beginn des fünften Tages erwarteten die Soldaten mit Spannung. Die normalerweise nach dem Morgengebet folgende Feuereröffnung blieb aus. Auch bis zum Mittag war es ruhig geblieben, als über Funk eine neue Lagemitteilung eintraf. Der afghanische Geheimdienst meldete, dass alle Aufständischen im gesamten südlichen Shah Dara entweder tot, geflohen, untergetaucht oder übergelaufen waren. Patrouillen der afghanischen Polizei und Armee in den umliegenden Dörfern stellten fest, dass das Gebiet vollständig vom Feind geräumt worden war. Auch Major W. meldete nach Rücksprache mit einigen Dorfältesten, dass die Gegend feindfrei sei. Die deutschen Soldaten blieben aber weiter vorsichtig. Sie hatten zunächst den Befehl, in ihren Stellungen zu bleiben, um in dieser Phase keine Verluste durch unbedachte Aktionen zu verursachen. Die Gefahr von versteckten Sprengsätzen war allgegenwärtig. Als dann die Kämpfer aus Ali Abad zwischen den Häusern im Süden auftauchten und ihre Waffen zum Zeichen des Sieges hoch über ihre Köpfe hielten, war das die Bestätigung fuer die Soldaten. Der Feind war ausgewichen. Mit der Operation Halmersack hatte man einen Sieg errungen, mit dem zuvor niemand gerechnet hatte. Ohne eigene Verluste war es gelungen, die Aufständischen zu schlagen und den Rest zu vertreiben. Auf der deutschen Seite hatte es nur drei leicht verwundete Soldaten gegeben. Die US-amerikanischen Truppen hatten zwei Schwerverletzte zu verzeichnen. Und auf Seiten der afghanischen Armee und Polizei hatte es ebenfalls drei Verwundete gegeben. Die gegnerische Seite hatte wesentlich hohere Verluste. Zwischen 8 und 15 feindliche Kämpfer sollen bei den Kampfhandlungen getoetet worden sein. 15 weitere waren verletzt worden. Allerdings hatte man aufgrund der heftigen Kämpfe keine detaillierte Schadens- und Verlustbeurteilung durchfuehren koennen. Selbst mit den eingesetzten Drohnen war dies nur eingeschränkt möglich gewesen. Daher beschränkten sich die gegnerischen Verlustzahlen lediglich auf direkt beobachtete Verluste des Gegners. Als auch die US-Soldaten mit dem Minenraumtrupp aus dem Süden Quadliam erreichten, war die LOC Little Pluto das erste Mal seit Jahren für die ISAF-Kraefte komplett befahrbar. Bei einem Treffen im deutschen Gefechtsstand meldeten dann auch die Kompaniechefs der deutschen, amerikanischen und belgischen Truppenteile, dass der Feind sich nirgendwo mehr zeigte. Ein weiteres Zeichen war, dass die Telefonnummern der abgeworfenen Flugblätter für Überläufer bereits ab dem zweiten Tag genutzt worden waren und sich ab dem vierten Tag immer mehr Kämpfer ergaben. Aufgrund der neuen Lage trafen sich die Kommandeure im Polizeihauptquartier von Schadara und besprachen die Aufteilung der Verantwortungsbereiche in den befreiten Gebieten sowie das weitere Vorgehen. Dabei stand die Räumung der verbliebenen Sprengfallen, die Informationsbeschaffung aus der Bevölkerung und die Gestaltung des Umgangs mit den lokalen Milizen im Mittelpunkt. Der Polizeichef von Kunduz hatte bereits das Machtvakuum im südlichen Schadara genutzt und hatte seine Polizisten und lokale Milizen in das Gebiet geschickt, um es zu besetzen und somit eine Rückkehr der Taliban und Aufständischen auszuschließen. Die Soldaten der zweiten Kompanie sollten noch den nächsten Tag und die Nacht in ihren Stellungen verbringen. Am sechsten Tag wurden sie dann durch die zur Unterstützung entsandte Kompanie aus Baglan abgelöst. Am frühen Abend kam dann überraschend der damalige Verteidigungsminister Gutenberg nach Kunduz und besuchte die Stellung des deutschen Sicherungselements auf der Westplatte. Dort ließ sich der Minister von Oberstleutnant von Blumröder die Operation genauer erläutern. In der nachfolgenden Zeit sollten dann auch die zivilen Aufbauprojekte abgeschlossen werden, womit sich die Lage für die Bevölkerung verbesserte. Noch an diesem Tag vollführten die deutschen und US-amerikanischen Streitkräfte eine Geste des gegenseitigen Respekts. Die US-Amerikaner bargen den im Vorort von Isakel zerstörten Dingo, der zu diesem Zeitpunkt nur noch ein ausgeschlachtetes Stahlskelett ohne Türen, Motor und Reifen war. Im Gegenzug bargen die deutschen Soldaten ein Gefechtsfahrzeug der US-Armee aus Quadliam, das in den Monaten vor der Operation Halmerzag auf eine ähnliche Weise zerstört worden war. Die Fahrzeuge wurden in den neu errichteten Combat Outpost geschleppt und dort in einer kleinen feierlichen Zeremonie jeweils an die andere Seite übergeben. Im Gedenken an ihre drei gefallenen Kameraden des Karfreitagsgefechts widmeten die Soldaten der Taskforce Kundus ihren gefallenen Kameraden den Erfolg der Operation. der Fußball und der minsollkospろう und dasomkoppeln außer probe zu der Bodenارé des productionen Kameraden in der Nähe des sequences999kgs. Vielen Dank.